Willkommen auf der Saar Talks. Heute habe ich das zweite Volume von Strike Witches für euch und lauter Animania, Luftkampf-Action und Pantyshots, was es eigentlich auch ganz gut trifft, kommt hierzulande bei Animoon raus. Das erste Volume habe ich auch schon geunboxed. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, also hier unten irgendwo. Den Kauflink dazu findet ihr dort auch, einmal direkt zu Animoon und einmal zu Amazon. Gut, jetzt hätte ich das wenigstens schon mal abgearbeitet. Ja, das Volume 2 in der Mediabook-Edition mit Booklet und 5 Soft-Touch-Art-Cards. Das mit diesen Soft-Touch-Art-Cards scheint jetzt irgendwie so der neue Shit zu sein, oder was? Ja, Hosen aus, Bikini ist an. Hier haben wir die Episoden 7 bis 8 drauf, im Bildformat 16 zu 9 von der D. Die Ton ist im Deutschen und Japanischen 2.0, Untertitel sind Deutsche drauf. Das Ganze geht 96 Minuten und als Extrasse noch Clean Ending 4 bis 7 drauf. Und da gab es dann nochmal andere. Je nachdem, welches Mädel mehr oder weniger in der aktuellen Episode behandelt wurde, wo das glaube ich. Ist halt auch schon ein paar Jährchen her, dass ich diese Serie gesehen habe. Dann haben wir das Innere. Die Werbung kennen wir glaube ich schon. Und dann haben wir hier die Art-Cards. Ach, mit Saja. Ja, aber diese Soft-Touch, muss man schon hinzugeben, fühlt sich echt toll an. Dann die Disc. Selbst noch dahinter sehen wir den großen weiten Himmel und nochmal die Wolken sehen wir da, meine ich. Und nochmal die Episodentitel. Und dann noch das Booknet, das war so. Natürlich werden die Charaktere vorgestellt. Dick Gertrude. Ja, vielen Dank an diese Stelle fürs Zusehen. Wenn ich es schaffe, werde ich heute ab 18 Uhr mal wieder ein bisschen streamen. Schaut gerade vorbei, links dazu in der Videobeschreibung oder halt hier direkt auf dem Kanal. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.